Die Industrie, die oft auch willig mitmacht, solange man dafür Geldersatz vom Staat bekommt. Insofern gibt es auch von staatlicher Seite ein gewisses Interesse, diese privaten Sammlungen weiter bestehen zu lassen oder sie sogar auszubauen. Wenn die Unternehmen dann doch einmal nicht genug sammeln, dann folgt die Einführung von Systemen wie der Vorratsdatenspeicherung. Die Unternehmen müssen dann zwangsweise den Gehilfen für den Staat spielen und die Überwachungsdaten für den Staat auf Abruf bereithalten. Ebenfalls recht praktisch ist es, dass für private Unternehmen nicht die strengen Vorschriften zur Überwachung und Beweiserlangung gelten wie für den Staat, auch wenn der Staat diese Daten dann verwendet. Es gibt keine Strafprozessordnung für Private. Selbst wenn ein Privatunternehmen ihre Daten vollkommen illegal sammelt, speichert und weitergibt, darf der Staat diese Daten ganz normal für die Strafverfolgung verwenden. Es gibt weder in den USA noch in Europa eine Regel, die das verbieten würde, durchaus aus guten Gründen. Damit können aber Privatunternehmen dem Staat vorgeschalten und damit die Rechte der Bürger systematisch unterlaufen werden. Früher wäre dieses Szenario ein rein theoretisches gewesen, weil kein privates Unternehmen die nötigen Informationen strukturiert sammeln konnte. Heute ist das anders. Sie sehen, die Privatisierung der Überwachung hat viel Potenzial, wie man so schön sagt. Die IT-Industrie wird also zusammenfassend gesagt faktisch zum größten Überwacher und gleichzeitig, wie in vielen Bereichen, auch oft zu einem mächtigen Mitspieler der Staaten. Einige Staaten sind mächtig genug, einige Unternehmen vor ihren Karren zu sparen, andere können die Unternehmen nicht einmal an ihre Gesetze binden. Von der Idee, dass nur unser jeweiliger Staat das Objekt...